Hallo Willi, gucken wir mal, ich habe gestern ein Video gekriegt. Echt? Na ja. Was ist denn auch sehr? Ich habe dir auch so ein Päckchen geschickt. Ja und? Ein Auster-Päckchen für den Kleintier-Zuchterei. Ja echt? Ja, von wem haben wir die Ehre gekriegt. Na ja. Ich komme jetzt, gucken wir mal. Jetzt lassen wir uns noch hin, wir haben uns hier noch auf dem Zicht rein. Ja, jetzt ist das auch gut. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Ja, da ist der Kleintier. Ah ja. Wir haben auch ein Päckchen und ein Hühner Päckchen. Oh, da ist ein Päckchen denn da. Das ist ja ja das Päckchen. Das ist das Päckchen von Bernan. Die sind ja nicht alle. Da haben wir beide Reibeln. Jetzt haben die Reitungen aufsteht, außer aus dem Päckchen. Ach, das ist aber älter. Jetzt gucken wir mal. Genau, die Wurzeln, wie ihr das Zeug schmeckt. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, das wäre nicht gescheit. So, ihr lieben Leute. Jetzt sehen wir, weil wir eine schöne Maske gemacht haben. Und dass wir auch ein bisschen kreativ sein können. Auch wenn wir nicht so dumm sind. Da haben wir uns ein bisschen dabei vorbereitet. Bei denen möchte ich mich jetzt nächstes Mal recht herzlich bedanken, dass ihr uns nominiert habt. Und jetzt möchte ich den nächsten Verein nominieren. Und jetzt gehen wir vom Kirlbad in die Luft in die Stadt, dass sich dort auch ein bisschen auftreten hat mit dieser Challenge. Und zwar mobilieren wir, der Kleinkirnzucht, zu reiben und fortabhängen und zeigen viel Spass bei Ihrem Challenge. Danke. Tschüssle. So, jetzt gehen wir noch mal an den Elfstoff. Weil wir versuchen, dass wir den Elfstoff haben. Und da haben wir, dass die weißen Regen eine Maske zurückgebracht haben. Und jetzt probieren wir. Und wie ist die Dosis? Ah ja, geil. Sehst du mal, was? Und wenn es nützt, will ich gleich noch etwas mehr bringen. Das probieren wir, sag ich mal. So sind wir, dass wir nicht im Tisch sind. Ah ja, das muss man. So sind wir mit dem Mal. So. So haben wir mit dem Möchen. So. 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 So wie ich das nicht merke, das funktioniert aber nicht so, naja, wir müssen das auch noch wohl in die Verhaltung. Aber du schenkst auch noch wohl da hin. Mit der Pillarale schon. Ja. Der soll man tun auch besser. So. Zweitdämpfung. Ja. Wohl. 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 Eine Tüte. Auf. Drei Anerkarte. Wohl. Zwei. Schliessen. Wohl. Wohl. Der Impfstoff dazu. Auch gute Verlegenheiten unternehmen. Kann schwierig sein. Zwei Schöne Bindeln. Noch Stauwallenbindeln. Zwei Schöne Bindeln. Zwei Schöne Bindeln. Zwei Schöne Bindeln. Und noch ein Schöne Bindeln. Das muss man mit einem Schöne Bindeln. Das ist deswegen ein Bindelnbindeln. Das ist die Bindelnbindeln. Sagt, was die Bindeln von hier kommt. Zum Beispiel mit einem ein Bindelnbindeln. Untertitelung des ZDF, 2020